Musik Grüezi und willkommen zum Weintipp von Schuler St. Jakobskellerin. Heute aus unserem Weinfachgeschäft hier in Seewe. Bevor ich Ihnen den heutigen Wein vorstelle, möchte ich Ihnen eine besondere Dienstleistung von Schulern präsentieren. Die Schuler Weinfachgeschäfte führen ein umfangreiches Sortiment mit sorgfältig ausgesuchten Weisspezialitäten aus der ganzen Welt. Frot-, Weiss- und Rosenwein über elegante Liköre und edle Spirituose bis hin zu kostbaren Winzerschampagner und anderen Schaumwein. In diesen kleinen Weinparadiesen können Sie den Wein persönlich erleben und kostenlos in der optimalsten Trinktemperatur degustieren, bevor Sie ihn kaufen. Die kompetenten Schuler Weinberater helfen Ihnen gerne weiter. Ein Besuch ist übrigens eine wunderbare Gelegenheit, auch Neuwein in angenehmer Atmosphäre ganz zwanglos zu geniessen. Erlebt sein grosses Sortiment Hautnäuch und lernen Sie Wein von seiner schönsten Seite kennen. Heute präsentiere ich Ihnen von Dom Pascual die beliebten Rosada und Blanco aus Navarra in Spanien. Der Jahrgang 2013 ist besonders aromatisch und fruchtig. Heute degustieren wir den Blanco. In der Nase ist er intensiv, riecht nach Ananas. Im Gaumen ist er frisch, fruchtig und riecht nach Zitronen. Ich empfehle Ihnen den Wein zu Apro oder zu Bullegeschnetzels. Den und viele andere Dom Pascual können Sie gratis unseren Weinfachgeschäften degustieren oder ganz einfach unter schuler.ch bestellen. Auf Wiedersehen bis zum nächsten Weintipp von Schueler. Und zum Wohl!